Dann haben wir hier jetzt den Bengalino Mix von Argento Pro-Line bzw. Funke China. Zehn Stück Bengalfeuer Kategorie F1. Hier oben kann man die Stückelung sehen. Red, Green, Yellow, Purple und Blue. Also fünf Sorten, jeweils zweimal. Preis wurde gekauft in der Beschreibung. So sind die gepackt und es steht ganz einfach drauf, welche Farbe die haben. Bengalino Rot in Rot, Gelb, Grün und so weiter. Das sind die fünf Sorten. Die hämmern wir jetzt einfach mal der Reihe nach weg. Fangen wir an mit Rot. Rot. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist lila, bzw. die zeichnen es als violett. Untertitelung des ZDF, 2020 Als nächstes blau. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gelb Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020